Das SAMR Modell wurde 2006 von Ruben Puente Dura entwickelt. Mit Hilfe des Modells kann der Grad der Umgestaltung von Unterricht hin zu einer Kultur der Digitalität analysiert werden. Es zeigt auf, in welchem Ausmaß digitale Medien im Unterricht den Lehr- und Lernprozess bereichern, ergänzen oder verändern. Dabei werden vier Ebenen unterschieden. Substitution, also Ersetzung, Augmentation, Erweiterung, Modifikation, Änderung und Redefinition oder auch Transformation. Sehen wir uns diese Ebenen am Beispiel einen Aufsatzschreiben an. Im prädigitalen Unterricht wird ein Text mit der Hand auf Papier geschrieben. In der Substitution, der niedrigsten Stufe der digitalen Kompetenzen, wird der Text in einem Editor ohne Rechtschreibkorrektur getippt. Der Akt des Schreibens wird also einfach ins Digitale übertragen. Hier entsteht noch nichts Neues. Der Inhalt ändert sich nicht. Augmentation bedeutet, dass Funktionen wie die automatische Rechtschreibkorrektur oder Textformatierungen angewendet werden. In das Dokument können multimediale Inhalte wie Bilder, Videos oder Audiodateien eingefügt werden. Das ist die Modifikation. Und die Redefinition könnte in diesem Fall bedeuten, dass eine völlig neuartige, zuvor gar nicht mögliche Arbeitsweise entsteht. Zum Beispiel, dass eine KI-basierte Software automatisch einen Text schreibt, der von den Schülerinnen und Schülern dann redigiert und überarbeitet werden muss. Das erfordert natürlich ganz andere Kompetenzen. Mit der Hilfe des SAMR-Modells kann überprüft werden, inwiefern die vier Ebenen des Modells in den einzelnen Lehrplänen verankert sind. Stellt sich dabei heraus, dass einzelne Ebenen gar nicht oder zu sehr bedient werden, kann das bei der nächsten Überarbeitung des Lehrplans behoben werden. Im Idealfall sollte die Verteilung der vier Ebenen ausgewogen sein, um einen zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Medien zu gewährleisten.